Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Beauty-Doc Julie. Ich verrate euch heute, wie ihr eure Haut am besten für Fotoshootings, Videos und Events vorbereiten könnt. Ich werde häufig gefragt, was kann ich tun, um meine Haut vor der Kamera zum Strahlen zu bringen, insbesondere von Leuten, die eben sehr, sehr viel vor der Kamera stehen. Zum Beispiel Models, Schauspieler, Blogger, aber auch viele YouTuber. Und ich sage dann immer, das Allerwichtigste ist, dass das Licht gut von der Haut reflektiert wird. Und dazu gebe ich euch jetzt meine Tipps, wie ihr das schaffen könnt, wenn ihr zwei Wochen vor dem wichtigen Tag beginnt. Jetzt möchten einige von euch vielleicht sagen, brauche ich alles gar nicht, es gibt Beauty-Apps, Photoshop, tolle Lichtsetzungen und so weiter und so fort. Aber ist nicht die beste Ausgangssituation eine wirklich schöne Haut? Und dieses Thema ist altersübergreifend. Das heißt, es geht jeden von uns an. Und es geht auch nicht darum, kleine Fältchen zum Verschwinden zu bringen, sondern die Haut muss so präpariert werden, dass sie wunderbar ebenmäßig und harmonisch ist und dadurch das Licht besonders gleichmäßig reflektieren kann. Und das sieht dann auf Fotos und Videos einfach viel strahlender aus. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. So, und hier kommt gleich mein erster Tipp, vielleicht auch der wichtigste. Egal, was für ein wichtiger Termin ansteht, sei es ein Date, eine Hochzeit, ein Bewerbungsgespräch oder vielleicht sogar ein YouTube-Video, bitte am Tag und am Abend vorher keine Pickel ausdrücken und keine neuen Produkte ausprobieren. Ich habe das selber schon erlebt, dass ich dachte, das wäre jetzt besonders gut und dann habe ich am nächsten Tag ein knallrotes Gesicht gehabt. Ich möchte euch echt davor bewahren. So, und wenn ihr euch jetzt auf diesen Tag vorbereitet, egal ob es ein Peeling zu Hause ist oder, wenn es euer Budget erlaubt, eine professionelle Ausreinigung bei einer Kosmetikerin, dann bedenkt bitte, dass ihr mindestens 10 bis 14 Tage Vorlaufzeit einplanen solltet, damit sich die Haut in Ruhe regenerieren kann. In dieser Zeit ist allerdings auch ein bisschen mehr Disziplin gefragt. Vielleicht seid ihr ja super diszipliniert, aber wer von euch das nicht ist, sollte sich bitte angewöhnen, eine gute Augencreme, eine leichte Feuchtigkeitspflege und eine Lippenpflege in die tägliche Routine einzubeziehen, und zwar morgens und abends. Der wichtige Termin rückt näher und jetzt heißt es, cool bleiben. Das wussten schon die Schauspielerinnen im alten Hollywood. Gut, sie haben nämlich ihr Gesicht mit Eis gesplasht und dieser Tipp ist immer noch sehr, sehr aktuell, allerdings ein bisschen abgewandelt. Ihr nehmt am besten zwei Eiswürfel, einen rechts, einen links, wickelt sie in ein Baumwolltuch, weil das Problem ist, wenn Eis direkt auf die Haut kommt, kann es die Haut verletzen, das wollen wir nicht, also in einem Baumwolltuch und dann fahrt ihr mit kreisenden Bewegungen von unten nach oben über das Gesicht. Ein, zwei, drei Minuten und das jeden Tag. Wirkt super Wunder, denn es kurbelt die Hautdurchblutung nochmal richtig an. Und das ist genau das, was wir für einen frischen Tint haben wollen. Und nicht zu unterschätzen, Gesichtsmassagen und Lymphdrainagen. Insbesondere Lymphdrainagen fördern den Abtransport von angesammelter Gewebeflüssigkeit. Und wenn man zum Beispiel zu kleinen Tränensäckchen neigt, dann können die sich auch ein bisschen dadurch bessern. Ich setze euch ein paar Links dazu in die Infobox und wenn ihr möchtet, dann schreibt mir, dann mache ich euch auch ein Video dazu. Und jetzt kommen wir zum Feintuning. Worum geht es eigentlich? Das Licht soll ganz regelmäßig von der Haut reflektiert werden. Und wodurch wird das gestört? Durch kleine Pflaumenhaare oder abgestorbene Hautschüppchen. Die sehen wir meistens gar nicht, aber sie sind da. Und wie bekommen wir die am besten weg? Das zeige ich euch jetzt. Es geht um das sogenannte Skin Blading oder Skin Shaving. Und dazu besorgt ihr euch diese kleinen, entweder Augenbrauen oder Gesichtsrasiererchen. Könnt ihr beides nehmen. Gibt es im Internet für 1 bis 3 Euro. Funktioniert wunderbar. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Normalerweise müsst ihr das natürlich auf gereinigter und trockener Haut machen. Das Make-up, denkt ihr euch bei mir jetzt mal bitte kurz weg. Ihr nehmt diese kleinen Rasiererchen und setzt sie in einem 45 Grad Winkel auf die Haut auf. Also am besten die Haut ein bisschen ziehen. So. Und dann in einem 45 Grad Winkel von oben nach unten gehen. So funktioniert das. Von oben nach unten. Ganz vorsichtig. Wichtig ist, dass ihr sie nicht in einem 90 Grad Winkel ansetzt. Und auch nicht, dass ihr so oder so zieht. Denn obwohl die Klingen nicht so scharf wie bei den normalen Männerrasierern sind, könnt ihr euch ganz schön damit verletzen. Also bitte macht es nicht. Und wichtig ist auch, dass ihr nicht nach oben rasiert. Denn dann geht ihr gegen die Wuchsrichtung. Und das kann letztendlich zu Verletzungen oder auch dazu führen, dass ihr eingewachsene Haare bekommt. Das war es zum Blading. Und jetzt am letzten Tag vor dem Event geht es um die Maske. Aber nicht nur darum, eine Maske aufzutragen, sondern ein Double Masking zur Verendung des Teins. Ich erkläre euch mal, wie das geht. Double Masking. Dabei wendet man zwei Masken hintereinander an. Mit der ersten Maske werden sozusagen noch die restlichen kleinen Hautschippchen abgetragen und die Haut optimal geglättet. Deshalb solltet ihr das auch am Tag nach dem Blading machen. Und ich nehme da meist eine schwarze Peel-off-Maske her. Ich finde die super, weil man erkennt ganz genau, wo man gewesen ist. Und hier, das habe ich gestern Abend gemacht, weil ich vor jedem Dreh, wenn ich es zeitlich schaffe, dieses Double Masking auch wirklich selber mache. Direkt nachdem ihr die Peel-off-Maske runtergezogen habt, wendet bitte eine Hydro-Maske, also eine Feuchtigkeitsspendende Maske an. Ganz wichtig, die sollte unbedingt fettfrei sein. Zum Beispiel diese grüne hier. Ich setze euch auch den Link in die Infobox. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig bei der Wahl eurer Feuchtigkeitsmaske ist, dass ihr eine nehmt, die nicht abgewaschen werden muss. Sonst ist nämlich der ganze Zauber wieder dahin. Ein paar andere Dinge müssen noch beachtet werden. Die Ernährung und der Schlaf. Ich weiß, da gibt es x Videos zu und wahrscheinlich könnt ihr es auch gar nicht mehr hören. Deshalb werde ich darüber auch nicht lange reden. Ganz kurz nur, bei der Ernährung achtet bitte darauf, dass ihr euch einigermaßen gesund kontinuierlich ernährt. Also viel Obst und Gemüse. Und für Skinfood mache ich euch noch ein extra Video. Und Schlaf ist natürlich auch total wichtig. Ich bin echt ein schlechtes Beispiel dafür. Denn seit Beginn meiner Studienzeit, vor mittlerweile über 30 Jahren, hatte ich so viele Nächte, in denen ich nicht mal auf vier oder fünf Stunden Schlaf gekommen bin. Klar, wir hatten Nachtdienst und so weiter. Also euch sollte das nicht so gehen. Versucht doch wenigstens acht Stunden pro Nacht Schlaf zu bekommen. Zumindest in den Tagen vor dem wichtigen Termin. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eure Abos. Ihr findet mich ebenfalls auf Instagram und Facebook. Und bis zum nächsten Video. Alles Liebe an euch. Eure Beauty-Doc Julie.